Alter, war das knapp. Hat das gesehen? Der hat sich schon zu mir umgedreht und so. Was ist das? Okay. Wir sind an einer neuen Stelle angekommen. So. Warten wir mal hier. Ich würde gerne mal drehen zum Schluss. Okay. Feuer frei. Der Alcazar will drehen. Da ist ein Loch. Keine Schuld. Oh. Echt jetzt? Das ist jetzt eklig. Warte mal, da runter müssen wir auch, ne? Da ist, glaube ich, auch noch was. Okay, ich gehe hier runter. Weil ich glaube, hier kommen wir direkt. In ein weiteres Versteck rein. Was ist denn mit der blöden Kuh? Ach man, ich hätte mich wieder ducken müssen, oder? Ah. Mäno. Das ist doch das Beste mit den Schultertasten. Klar. Bin jetzt auch auf Discord. Hey, super, Susanne. Okay. Hass auf Grudo-Dame, auf jeden Fall. Was soll denn das, bitte? Äh, ja. Wie machen wir das denn? Du, 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 du. Okay, wo sind die gerade? Alle gerade nicht da. Schnell. Ich habe halt nur drei Pfeile. Das ist echt eklig. Wie hier überall Pac-Man ist, ne? Ist irgendwie geil. Du, 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 du. Man kriegt hier aber auch irgendwie keine Pfeile hinterhergeschmissen. Ich glaube, stark geht zu, ne? Nein, nein, nein. Meine Liste ist schon voll. Welche Liste? Also, ja, ich weiß, welche Liste, aber... Warum, warum ist die Liste schon voll? Da ist doch... Wir haben doch gar nicht so viel gemacht heute. Kriegt man hier keine Pfeile? Jetzt komme ich da nicht durch. Warum kriege ich hier keine Pfeile? Das ist so gemein. Man, oh. Ich habe jetzt noch einen Pfeil. Damit komme ich nicht mehr weit. So. Waren wir da schon drin? Bin mir gerade nicht sicher. Spende mal Pfeile für den armen Jungen. Äh... Waren wir da schon drin, Leute? Okay, ich will erstmal das eine schaffen. Zum Shopporten eventuell. Machen wir gleich. So. Erstmal die wegsnipern. Ich will mal gucken, ob ich es noch schaffe, irgendwie. Irgendwie. So, jetzt kam... Warte mal. Jetzt kann ich hier runter gehen. Ne? Und hier wird man dann gleich entdeckt. Wenn ich mich jetzt ducke. Was passiert, wenn ich mich jetzt ducke? Dann läuft die einfach vorbei. Okay. Jetzt warte ich, bis die wiederkommt. Und wieder vorbeiläuft. Und dann renne ich einfach vorbei. Okay. So, machen wir das jetzt. So, jetzt. Komm. Voll frei. Ja. Nein! Ich seh dich nicht und du siehst mich auch nicht. Der Haken geht, glaube ich, nicht. Mann! Okay, mit Pfeilen wären wir durchgekommen. Shit! Wir brauchen Pfeile, Leute. Okay. Machen wir da zum Shopporten? Kriegen wir nicht irgendwo Pfeile? In der Theorie war das gut. Wie cool die Liste aussieht. Oh! Hast du die Liste gepostet? Muss ich mir dann auch mal angucken. Dudulü, dudulü. Schieß mal auf die Schädel über der Tür. Ah, mit dem Enterhaken. Passiert denn was? Stimmt, die Säge. Hey, dankeschön. Danke für den Tipp. Hatte ich ganz vergessen, dass wir die noch haben. Was kriegen wir dafür? Für die Säge kriegen wir das kaputte Bikuronschwert. Let's go. Meine, die geben Pfeile. Okay. So. Ah, mit Pfeilen. Ah, ich hab keine Pfeile, leider. Das ist schlecht. Ah, Pfeile. Eilo, Pfeile. Ja, wir haben wieder 10. Okay. Super, super. Äh. Pfeile? Nö. Okay, wir haben mal Pfeile bekommen. Wenn ich jetzt mal rein und raus gehe und dann nochmal die Steine werfe. Oder hier, guck mal, hier hinten sind auch noch welche. Okay. Ich hör noch Skulti. Sehr schön. Ne, ich hab noch keine Pfeilerweiterung. Weil, ähm. Die Sache ist halt die, Alkazard, dass die... Das Bogenschießen kostet 100 Rubine. Das ist halt das Doofe. Brauchst du eigentlich Pfeile? Nö. Jetzt genauso wie das mit der Zwille. Das kostet auch 100 Rubine. War noch drauf geschissen. Tretet gleich auch mal Discord bei für euch. Ey, super, Kevin. Ich würde bei dir einkaufen. Äh, geht zu, ne? Hä? Einkaufen? Da würde ich Minus machen. Okay. Ihr habt gesagt, ich soll mal in die Schädel reinschießen. Ich probiere das mal aus. Wir mogeln uns da jetzt irgendwie durch. Ich dachte eigentlich auch, dass das hier irgendwas bringt. Ne, da kann ich mich doch ranziehen, okay. Ich würde gerne die Gerudo-Festung heute noch abschließen. Also so zumindest, dass wir... Ähm, zumindest, dass wir Dingens, die alle befreit haben. Das würde ich gerne heute noch schaffen, weil sonst weiß ich im nächsten Stream nicht mehr, wie und wo. Na, ich glaube, dann werden wir auch der Überlänge gerecht. Da kann ich vielleicht auch mal eine Schultertaste benutzen. Müssen wir mal gucken. So, hier ist es auf jeden Fall... Zack. So, so ein Schädel hier soll ich abschießen? Oder was meint ihr? Janiborg, hallihallo. Kannst du mir kurz anreißen, was Zelda-Grain of Time Gold Quest anderes ist? Zum Original habe ich gerade erst eingeschaltet. Äh, sämtliche Dinge eigentlich. Also, hier zum Beispiel, Gerudo-Festung. Normalerweise stehen die ganz normal irgendwo rum und laufen Patrouille. Die haben jetzt alle Plätze gewechselt, stehen so richtig gemein rum. Äh, Gegner-Dungeon sind komplett anders. Auch die Overworld ist anders. Äh, auf jeden Fall richtig schön schwer. Also, hier kann ich leider nichts, äh, machen mit den Pfeilen. Vielleicht mit dem Enterhagen? Ne, geht leider nicht. Leider nicht, Susanne. Ja, auf jeden Fall ein richtig schöner, schwerer Hack. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Äh, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall, ähm, Folge 1 vielleicht nochmal anzugucken. Das gibt's auch bei mir auf dem Kanal. Da kannst du gerne nochmal reingucken. Ist auf jeden Fall höllisch. Oh, hier gibt's das Skuldi. Höllisch schwer manchmal. Und dazu haben wir halt noch das Death Wheel am Start. Wo ist denn die Skuldi? Ähm, was du hier siehst. Und immer wenn ich sterbe, oder zu Beginn des Streams, äh, werde ich das Death Wheel drehen, das mir quasi eine Bestrafung gibt und diesen ganzen Hack nochmal schwieriger macht. Also das ist auf jeden Fall nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, sag ich mal. So, jetzt aber, Leute. Hier rein, gleich ducken. Dann warte mal, bis die wiederkommt. Ich hätt gesagt, wir ballern die auch gleich weg. Oder? Was weg ist, ist weg. Und dann ballern wir da hinten noch die andere in der Ecke weg. Komm. Hold the might. Boah, oh, das tat weh. Ich glaube, ich hab da einen neuen Zahn gestochen. Ich weiß zwar nicht, wie man... Oh Gott, ich hab die Schultertaste gerade gedrückt. Ich gebe mich geschlagen. Ich habe gerade die Schultertaste gedrückt. Ihr dürft, äh, 5 Minuten aufschreiben. So, ja, sollte ich meine Strafe übrigens missachten, dann bekommt ihr 5 Minuten Überlänge im Stream. Normalerweise läuft der Stream immer 2 Stunden und jedes Mal, wenn ich meine Strafe missachte, wird dieser Stream 5 Minuten länger. So. Das wird jetzt auch eklig gegen die ohne Schultertasten. Weil dann kann ich ihm keine Sprungattacke machen. Das ist eklig. Der KM-Shop, was? Mann, ich seh die nicht. Äh. Sprungattacke. Okay, wir haben sie. Geil. Danke für die Schultertaste. Ich hab gar keinen Shop. So, da haben wir nämlich den auch. Jetzt fehlt nur noch eine, Leute. Ein Typ fehlt noch. Bei diesen Gegner klappen auch die Dekonüsse. Also ich finde es auch ohne Dekonüsse auf jeden Fall machbar. Aber wir können mal gerne versuchen. So. Ich bin jetzt auch auf dem Discord. Reike, super, willkommen. Warte mal, das ist nicht gut, hier lang zu gehen. Ah doch, die sind alle betäubt. Die sind ja alle betäubt. Hier gab es jetzt keinen weiteren Weg. Äh, jetzt bin ich gerade überlegen, wo ist denn der letzte? Der letzte Gefangene. Mann, dass es keine Pfeile gibt. Ist irgendwie doof. So. Leute, wo ist der letzte Gefangene? Wir waren da oben, waren wir schon drinnen. Ich hätte jetzt hierhin tendiert, oder? Kann das sein? Okay, okay, okay. Kann sein. Sind wir ganz vorsichtig. Ich kann mir vorstellen, dass hier wieder irgendwo einer und die Ecke steht. Wir was kennen schon, mittlerweile. Okay. Warst du schon in der Tür oben, wo Richtung Bogen schießen? Ich glaube, hier ist der letzte. Guten Abend, hab Pfeile für dich. Ey, super, Marcel. Werf mal her. Mann, wo ist denn die? Meint ihr, hier gibt's eine? Das ist cool, die. Hier gibt's keine, ne? Ach, schön. Da oben ist, glaube ich, eine, ne? Da kam es schon durch die andere Tür einmal rein. Oh Gott. Ja, wir haben's geschafft. Okay, let's go. Du, du, du. Ja. So ist gut. Bleib doch stehen. Sehr schön. Oh, die war easy. Was wollen die kaufen? Meine Stifte? So. Ich hol mir schnell die Scooty. Äh. Ähm. Hä? Wie soll man sich diese Scooty holen? Hä? Ist ja komplett beschissen mit der Kamera. Ein sauberer Kampf, so hab ich's dir beigebracht, mein Junge. Ja, aber die Scooty kann ich mir nicht holen. Du musstest deine Stimme vorhin verändern. Ich hab das verpasst. Ja, tut mir leid, Arianna. Was soll ich sagen? Äh. Okay, schön. Ich hab 999 Pfeile in Tears of the Kingdom. Mal sehen, vielleicht kriegst du zwei davon ab. Die anderen brauch ich selber. Zwei! Dankeschön. So, was kriegen wir denn Schönes? Geil. Wir können uns jetzt frei bewegen, Leute. Das ist doch schön. Würde pro 5 Minuten mehr 1,99 Euro zahlen. Alter, Marcel, was ist los? Was? Cool. Dann, äh, kannst du mich ab jetzt bezahlen? Ich kündige meinen Job. Dann machen wir das. So, wartet mal. Leute, ich würde mir gerne die Scooty holen. Ich glaube, ich muss aber ein Rückwärtssaldo machen. Deswegen schreibt mal 5 Minuten auf, aber ich lasse nur einmal 5 Minuten zählen. Ich kann gar kein Rückwärtssaldo machen. Doch. Nee, das geht nicht. Wie soll ich das machen? Hä? Wie soll denn mal in diese Scooty kommen? Klappt nicht mal. Schade. Ich glaube... Nee, warte mal. Wie soll ich das machen? So. Ey, wie bescheuert. Okay, schade. Naja. Bei wie viel Zeit sind wir denn eigentlich aktuell, Leute? Wie viele Minu- oder wie viele Straf-Points habe ich? Sind wir bei 20 oder 25? Wie viel haben wir aktuell? So ein bisschen Kohle. Jens, schönen Abend noch. Zum Glück hast du es geschafft. Ich mache jetzt Schluss. Ich, äh... Warte mal. Was steht da? Ich habe nämlich noch was zu machen. Bis... Schöne... Einen schönen Abend noch. Und genieß dein... Wochenende. Keine Ahnung. Gut, alles klar. Danke dir, Jens. Und ich wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Du hast laut meiner Liste plus 20. Okay, dann ist das ja jetzt theoretisch. geschafft. Ne? Aber... Warte mal kurz. Äh... Ich würde mal kurz Tag machen. Ich will mal gucken... Ich würde gerne das Bogenspiel noch schießen. Äh... Das Bogenspiel noch schießen, ja. Ich würde gerne das Bogenschießen noch spielen. Ähm... Wenn ich das... Wenn die Möglichkeit besteht, dass ich das machen kann. Also... Insofern, dass nur 20 Rubine oder 50 kostet. Was auch immer. Und das, obwohl du Hunger hast. Genau. Ähm... Würde ich das noch schnell spielen. Wenn es möglich ist. Weil... Es kann sein, dass es wieder halt an der Geldbörse scheitert. Ansonsten... Machen wir heute Schluss für den Stream. Und machen wir im nächsten Part weiter. Den Hammer haben wir jetzt halt noch nicht bekommen. Den Hammer, Hammer... Den Hammer, Hammer... Halt noch nicht bekommen. Achso. Ich brauche mein Pferd. Aber... Ja. Dann hättest du mir ja sagen können, wie viel es kostet. Äh... Aber auf mein Essen freue ich mich trotzdem. Muss aber noch zubereitet werden. Deswegen... Äh... Dauert eh noch 20 Minuten dann. So. Gucken wir mal. Die Frage ist halt... Was machen wir dann im nächsten Part? Den Hammer, Hammer. Ja. So. Hm-mm-mm... Wie viel kostet es denn? 20 Rubine. Let's go. Okay. Wir können... Noch eine Runde spielen. Soras? Ne? Abgeräumt. Babababam. Okay. Wir brauchen... Wie viel brauchen wir? 2000? Hat er gerade 2000 gesagt? Brauche ich einen perfekten Run? 1670. Fantastic. Your ultimate master will give you this item. 1000 hat er gesagt. Okay. Ein Herzteil. Und wie viel brauchen wir fürs nächste? Normalerweise kriegt man ja zwei Items, oder? Achso. Warte, 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 warte. Hat die 2000 gesagt, Leute? Babababa. Ja. You're looking good. Show me your skill again. 1800. Der hat keine 2000 gesagt. 2000 kann man maximal schaffen. Okay, 1800, Leute. Das kriegen wir hin. Das ist, glaube ich, im Original auch so, oder? Aber hat man mehr Pfeile? Kann das sein? Oder hat man im Original auch nur 20 Pfeile? Okay, let's go. Das war gut. Das war nicht so gut. Ah, shit. 1800 ist aber auch krass. 1500 im Original, 1800 hier. Okay. Das kriegen wir aber nicht mehr hin. Schade. Schade. Das ist schwer. Das ist schwer. Okay, 1500. Ich glaube, da brauchen wir mal Kohle, Leute. Ich will mich auch bei mir selbst bedanken. Ich bin ein Top-Supporter. Hey, Leute. Ich danke euch allen auch. Okay. Also, das am Anfang läuft. Und hier müssen wir besser werden. Na? Ha. Okay. Wir haben noch die Möglichkeit, 1100 Punkte zu machen. In der nächsten Runde schaffst du es. Ich bin mir noch nicht so sicher. Okay. Ne. Da sind wir noch ganz weit von entfernt. Da fehlen noch 4, 43 Punkte. Wie machen wir denn das, Leute? Das ist, äh, nicht ohne. Einfach schießen, nicht zu lange warten. Oh Gott. Wow, 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 wow. Okay, jetzt bin ich komplett rausgewählt. Oh Gott. Ja, das schaffe ich bestimmt nicht mehr. Einfach schießen, nicht zu lange warten. Ba, 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 ba. Shit. Okay. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das, was ihr davon haltet, aber das war jetzt überhaupt keine gute Runde. Trainieren. Safe State? Okay, ich habe kein Geld mehr. Okay, Leute. Ich würde sagen, das ist nur, weil du Hunger hast. Kriege ich hier einen Rubin? Kriege ich hier einen Rubin? Kriege ich hier einen Rubin? Mann, komm schon. Ein Rubin. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein bisschen Kohle für einen Versuch. Dududu, daddidi-dai. Die wollen nicht, dass ich versuche. Die wollen nicht, dass ich mein Geld ausgebe. Na gut, das willst du auch erwarten. Das sind ja alles Räuber und Gangster. Die haben ihre eigenen Kisten ausgeraubt. Okay, Leute. Ne, das war's dann wohl. Machen wir im nächsten Part. Wir bräuchten halt mehr Kohle, ne? Das ist es halt. Naja. Aber gut. Das war's mit dem heutigen Stream, Leute. Ich bedanke mich. In den Kisten in der Festung müssten Rubine sein. Awe, hallihallo. Oder wollen wir's noch machen? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich hab eigentlich voll Bock, das noch zu machen. Das nervt mich, dass wir's nicht geschafft haben. Jetzt schon alle so, hö, tschau. Dichte den Abschied. Wir haben halt nicht so viel Geld, ne? Kriegen wir ein Geld her? Doch, ich weiß, wo wir Geld herkriegen. Machen. Mach das. Guck mal, ich weiß, wo wir Geld herkriegen. Die nehm ich hier. Aus dem Weg. Hä? Geh aus dem Weg. Jetzt komm ich nicht ja durch. Kann ich die wegschießen? Darf die jetzt auch nicht mehr wegschießen. Da gab's gutes Geld, Leute. Da gab's gutes Geld. Und ich darf nicht mehr rein. Also, Leute. Alles ist gerade gegen mich. Ich glaub, wir müssen's doch lassen. Ich glaub, wir müssen's doch lassen. Da gibt's leider ne dicke Frau und die lässt mich nicht mehr in ihre Schatzkammer. Aber ich hab gedacht, wir kriegen vielleicht wenigstens einen Rubin noch irgendwo. Damit wir's wenigstens noch einmal versuchen können. Das wär mir echt lieb gewesen. Wie gesagt, bedien dich woanders. Hier, komm. Ah, Pfeile. Jetzt krieg ich Pfeile. Toll. Ah, und's Wacken. Ach, Leute. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. In dem Spiel, weißt du, hast du einfach nur Geldsorgen. Also, in Goldquest, meine ich. In Goldquest hast du immer nur Geldsorgen. So. Wie schönen Abend noch. Ich fahr mit's Geld hier. Wir machen das jetzt noch. Ich bin jetzt getriggert. Es nervt mich, dass ich das nicht schaff. Susanne hat gesagt, ich soll Dauerfeuer machen. So. Der Natsu, der möchte doch, der möchte doch immer Überzeiten. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er einfach ab, der Natsu. Auf das Geweih schießen? Mach mal, da kommt Geld raus. Echt? Aber da kam doch gar nix. Jetzt kommen Pfeile raus. Also, vorhin hab ich auf ein Geweih geschossen, da kam nix raus. Jetzt kommt Geld raus. Okay. Susanne, es tut mir leid. Ja, hast Glück. Äh, hast recht gehabt. Hat doch funktioniert. Zelda Boys, war eine schöne Zeit. Was? Viel Glück bei der nächsten Runde. Ja, ich glaub nur nicht, dass es bei der nächsten Runde klappt. Im Original sind es 1500. Die haben wir jetzt schon so oft geschafft. Die 1500. Aber 1800 ist schon happig. Also, da musst du wirklich fast perfekt schießen. 1500 ist ja nix dagegen. 300 Punkte mehr, ey. Wow. Okay. Jetzt geht's los. Wo ist Epona? Epona? Äh. Hä? Hä? Epona? Einfach abgehauen. Ich bleib schon. Ich esse halt später. Bei dir zu Abend. Ähm, ne, 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 ne. Das essen, das will ich selber essen. Das hab ich mir heute verdient. Ich wusste doch, dass es klappt. Sehr gut, Susanne. Nee, da hab ich vorhin vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war das der einzige, wo das eine Ausnahme war. Vielleicht. Problem ist, das geht zu nicht, dass, äh, mit dem Safe State bei mir, warum auch immer, dauert das mit dem Laden ultra lange. Ich weiß aber nicht, warum. So, 100. Ich werde jetzt, pass auf, ich werde jetzt richtig abnormal die Mitte von dem großen Ding fokussen. Okay, das hört sich, hört sich nicht so gut an. Okay. Shit. Äh. Was gibt's denn zum Essen? Richtig geiles Rindfleisch mit Reis und Sojasauce und Paprika und Zwiebeln. Oh. So. Okay. Bis jetzt perfekt, aber ich mach trotzdem mal ein Safe State. So. Ich mach trotzdem mal ein Safe State, aber es dauert halt ewig lange, das zu laden. Shit. Was war das denn? Ah. Kotzt mich das an. Lady Makuros, schönen Abend noch. Danke, dass du dabei warst. Ich schau dann später, ob du es geschafft hast. So. Zack. Nein. Okay. 960. Da ist noch alles drin. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Nein. Kotzt mich das an. Das ist halt echt so Ewiger Try Okay Du kannst schon von beiden schießen Ich weiß, aber ich will halt die 100 erzielen Das ist halt das Okay Nein Einmal hätte ich noch die 100 gebraucht Das war echt knapp Shit Das tut weh Du schießt am Anfang ja auch nicht auf die Platten da Siehst du, du wolltest schon aufgeben Danke, dass ihr mich unterstützt habt Danke, dass ihr mich gezwungen habt weiterzumachen Aber vielen Dank fürs Zusehen Äh, vergesst dich zu liken, wenn du nicht hast Zu abonnieren, wenn du nicht hast Und schaltet das nächste Mal wieder ein Zum neuen Stream von Ocarina of Time Gold Quest Bis zum nächsten Mal Euer Zelda Junge Tschüssi Tohonoa Und zwar Tohonoa Vielen Dank.